so der Schuhe er auch aber wir auch schon wie geht es dir und nur ich und richtig gesehen habe also absolut nie wir sind hier gerade schon die nächste Aufnahme machen also bist du zu sagen quasi schon mitten drin im geschehen Ako es ist ein bisschen leise wenn ich bin ich einbilder besser und ja so Tim wie wär's wenn wir jetzt hier oben mal den Gemeinschaftsraum oder die Eingangsfall ein bisschen weit dran ja also ich wollte erst mal die Tage unter mir weiter an der Kiste und so sieht ganz schön scheiße hier oben aus ja deshalb wollte ich eigentlich verlegen auch die Öfen und so das ist ich weiß nicht hier so zwei Öfen fände ich schöner die dann verlegt sie das war die Kohle rücken wenn ich hier den Ofen abgrabe was dann und dann doch die Euro dann offen oder gibt es dann nichts muss das glaube ich weiß nicht wo es abkramen muss dann so und nöder gibt so schön oder so Hühnchen Wieso finde ich den Server nicht weil ich noch mal schiebe ist klar bin ich noch mal schieb so da es wäre wirklich sicher zu 88 Prozent ausseiten der Leckeres immer den Server auch gefunden jetzt Schuss das das war gerade richtig dumm und mann elegan ist der Vollkacke die habe ich schön gestaltet oder so ich habe immer dieses Inventar was rumliegt aber man sich einsammeln kann was er macht Volker zu jeder und ist aber und was hier passiert wie sieht denn hier aus es ist schon das immer der dort liegt noch so ein Hähnchen die liegen lauter imaginäre Hähnchen um da kann ich gar nicht drauf ab er ist die keine Hähnchen was sind die Gäste und da was hat er denn alles gemacht er oben liegt das Dein Zimmer hier ist das Dein Zimmer gut ja der Ritchie als bisschen was gebaut wo es meins war das Joden ist meins wo bist du das Dörschweiler wie sie einfach anfolgen wie die Esel diese ja das führt so aufgeben ist es wenn ich noch ein bisschen beknackt okay der Gang ist richtig mies geworden dieses Jahr so dunkel ich hab mich im Geil verlaufen nein Freunde ey weißt du denn oh Joshua dein Raum ist ja wirklich schon schön ausgebaut da kann man wirklich nichts sagen das ist wirklich allererste Sahne hier unten das gefällt mir richtig gut hast du schön mit dem Anfang um heute nicht umbringen hat er so öfter er hätte ich auch zu der Entschmerzen von selber machen auch und übrigens zu dir entschieden ist eigentlich doch nie auf meine Tür ein Bord ist die zu dürfen hier drittschied und er hat sich nur Optionen aber dann fühle ich mich immer so beobachtet wenn auf der Seite hier zu mir rein kann ja du kannst auch von unten zu mir rein für ganz ja ja da hast du wohl recht das ist ja wirklich toll was ich hier hab ich bin dafür dass wir das mit der Eingangszahl jetzt eher und das also mit dem Eingangsbereich machen dass wir das Schaf um die tiefer setzen da drüber ein Holz ziehen das auf den Schafen irgendwie fällt dort ist es ja krass Ritchie ja ja hast du das hingekriegt ähm ähm würde er ähm ähm Ritchie hier hat gesagt ohne Schiefe das ist kein Schiefen wenn wir dem Schafen ein besseres Zuhause genehmigen ich konnte doch nicht zusehen wie das leidet na komm nicht ich hab sogar nachts ausgelacht komm ich lach mal kurz Ritchie diese neun Klötze der Grasdorn wird man mir doch verzeihen seit wann hat das Schaf neun Klötze das hat schon immer neun Klötze schau mal hat's gar nicht und das weißt du auch also wer jetzt da ein Problem mit hat der soll sich mal melden ja aber ich finde das absolut gerechtfertigt ich das ist schon so Massentierhaltung da unten naja eigentlich nicht neun Quadratmeter für ein Schaf also wer sich da beschwert ich hasse es wenn ich so sinnlos rumlaufe so ein mehr oder Mauer über die Eingangstelle neu ja okay das sind welche genau jungen probleme sagst du einmal das Problem haben was dann wo 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 ist ja was dann die Frage die Gegenwart Bücherregal es fragt sie auch die folgenden ja irgendwann ja ich weiß nicht vergessen immer unfähig ach muss erst Bücher machen äh äh ich dachte schon diesmal käme es ja hin mit den vielen Büchern nein also ich habe hier gerade schon mal erwähnt wie heißt eben in der Folge ja die vor dieser war dass wir so richtig nice stronghold let's play machen wollen ok 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 ja das ist ja schon schön ok wohl schon mal sagen damit du jetzt auch Bescheid weißt gell dass du das machst ok 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 das sieht so wunderbar aus nicht ok 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 da oben fertig er hat das mal Feuerzeug machen und so wurde anzütteln kommt das gemacht hat da hat er sagt aber die falsche Datei ich weiß ich kann er drückt im Dost im Leben was denn unsere Welt wurde gesichert nene passt schon wäre eine Idee hat jetzt jemand Klaas oder nicht aus da ist Glas drin aber lass mal ins Bett liegen wir haben festgelegt zwei Glas und ich kann dir noch ein Glas zuwerfen das bringt mir nicht viel jetzt macht ihr einen schönen Tag danke ich brauche hier mal eine Scheiß Erde aus der Deckel raus wie wohl Scheiß Erde ich werde gerade ach ja gesagt und warum wieso weshalb warum wenn ich trage als dumm oh das hat jetzt manches das verliegt jetzt das Schaf tut mir voll leid und das ganze Gras ist schon wieder weg füttert das das alles muss neues Knochenmehl ich hab hier elf Knochen warte mal ich geb dir elf Knochen dann passt das ich hab Knochenmehl reingepackt jetzt ist da eine Blume das hat das Gras schon wieder gegessen hab ich auch noch ein Knochen ich brauche noch zwei Klaas hat jemand zwei Klaas Ritchie wo sollen die Truhen hin verlangt mir irgendwo die Truhen hin wo sie hin sollen ich würd sagen wir machen uns irgendwo so ne schöne Truhenfronten oder so hat jemand acht Sand ich kann dir acht Klaas geben ich hab 28 Klaas du sagst du mir das nicht ich hab beschäftigt ich wollte ich leid zählen acht Klaas zu danke das waren elf auch gut wenn ihr Rest wiederkommen wieder ich will auch wieder zurück wollen wir wollen wir eine Scheibe einbauen eine oberirdische Scheibe aber jetzt nicht da wo es viel zu einsetzen sonst gibt es richtig Probleme was will zu machen eine Scheibe eine Glaswand eine Glasfront auch Freunde irgendwie sieht voll behindert aus aber ja irgendwie soll das ganz mit Holz aus bleiben als ich bin dafür ich bin mehr so ein Holzmensch da kann das viel besser abbrennen m dann du oh wo kommt das Feuerzeug her wo es denn unser Haus sind ja genau nach Hoppola ich wusste gar nicht das war dafür dass wir hier aus diesem Holz Regalständer bauen oder so das das hat Ständer gesagt hö 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 ja ich wollte ja ich weiß ich hab den Trunen halt bei mir in meinem Event halt darf ich nicht sterben wenn wir sechs dann oder ach ja stimmt wir könnten ja rein theoretisch TNT machen und da hab ich schon mal vorgeschlagen und da warst du strikt dagegen ja ich weiß jetzt bin ich dafür weil du dagegen bist wie findest du die Idee richtig scheiße Tim richtig scheiße was wollen wir sonst mit Gunpowder machen brauchen wir den TNT machen das geht nicht gut wir brauchen TNT und unser Haus wo ist denn unser Haus hin machst du hier wo ist denn unser Inventar hin Tim in meinem Inventar das ist nicht wahr ne nicht wahr doch aber ich geb's dir gleich wieder wenn du mir sagst wo die Truhen hin soll hier da kommen die rein da unten kommen zwei rein und dann na ich weiß dass du das gemeint hast ich wollte es eins tiefer setzen ich dachte schon ich rede gegen die Wand komm schon ich dachte bei diesen blöden hier da im Internet steht auch wenn das Schaf Gras futtert dann wächst dem wieder Wolle aber aber nachdem wächst keine Wolle nein das habe ich viele Riegelblumen in meinem Inventar mehr aber auch nicht ja und du kommst nicht mehr raus ha ha doch komm ich ganz von der Steiner weg glaubt ich hab keine Spitzart in meinem Inventar Tim du hast Hände danke Schafe ab, Freiheit das hört doch gleich auf dich aus der Traum hier was denn wieso macht der alles hin wir klatschen da so ein paar Kisten hin Junge wenn du ein Problem damit hast ich schwöre dann hast du ein Problem damit, wieso haben wir 28 von diesen komischen Tretplatten ja weil der Rütschi sich verbaut hat ich wollte diese halben Holzklötze machen war aber zu unfähig dann sind so die ganzen Tretplatten rausgekommen wir könnten acht Feuerzeug machen nein, können wir nicht klar könnten wir auch sein lassen Tim oh Leute oh, da gehen wir nicht rein, wo wir jetzt sind und für die Studio und für die Tour hier das hier vorne, was ist das hier vorne? was so komisch Holz überdacht ist das schön, gell? ich finde auch das richtig schön Leute, ich muss mal ganz kurz weg oh, ist ja mal was ganz Neues ich glaube, das hatten wir noch nicht, oder? Mensch du, ähm ich will gar nicht mehr ganz kurz weg, ja, ist klar gar nicht so, so ich bin dafür wütend, dass wir Holzbohren reinziehen ah ja, mach doch ja, genau, weil ich so viel Holz auch hab das ist die erstmal von mir und meine wollen wir unten noch eine Unterretage unter meinem Zimmer reinpflanzen oder erst mal die obere fertig machen und dann schrittweise Projekte anfangen, die sie dann fertigstellen und dann muss ich den nächsten Projekten widmen so, kann man es auch sagen gut, dann geh in meine Kiste unten und nimm dir das Holz, wenn du welches brauchst so, ich würde sagen, wir richten die Kiste mal irgendwie ein das oben irgendwie Naturzeug und unten so Materialien zu dem Bau so, unten klotzt die ganzen Steine rein und da bin ich mit Goldstone Joshua ist wieder da richtig Mensch, freut mich, ich hab's nicht mal am Rauschen gemerkt ja da sieht man Entwicklung, Richie, Entwicklung ja, das geht alles voran wie oft will ich die Kiste noch auf und zu machen ja, ich weiß, ne, oft so, hier ein Treppchen hier drüben kommt Holz rein leuleuleuleuleule mach mal Schilder für die Kisten gut, dass ich so schlau bin du, wird jetzt hier grad was weggerobbt? das war ich, ich hab's aus dem Holzplatz hingesetzt was kommt da unten hin? da kommt Holz rein da wo ich grad gedacht, da kommt der Cleanstone rein der Klarten, der Cleanstone, dann kommt der rein der Cleanstone was soll ich Schilder machen? kannst du grad auch so, äh, so'n, 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 danke danke das ist zu gütig was denn? so ne, äh, so'n, so'n, so'ne Falte machen nein ach cool, das sind ja vier Dinger hier, gell? wieviel Dinger? man kann vier rein auf so'n blödes Schild schreiben ja, ich geh mal kurz weg ach, ach ja ach, ja gut so Steinholz weißt du, was ich mein? nö ich dachte, ich sollte Schildern machen, damit es interessiert es kann doch schon ich glaub, ich nehm nachher noch ein Stronghold Let's Play aufs erste Mal so hast du noch keins? nö schlecht, natürlich schlecht ja echt enttäuscht von dir mhm na warte, wir, wir, wir so, Sachen von Natur Drogen was? aber ich fertige gerade die Schilder an und hier sonst tickt bis keine Ahnung, ob das so geschrieben wird LAS lässt grüßen was, was ist? da bin nicht wieder hab ich gesagt ach so, ja, schön 1 Sekunde gedauert wie du bist wieder da du warst weg die händler b so wichtig wird auch als Rutschi sind jetzt persönlich schon klein der Ritchie war somit seinen Schildern beschäftigt hier schau mal her hier in das Schild in die Truhe kommt alles rein Ritchie guck mal da bei dem Zaun da wo man das Wasser dahinter siehst du nicht ja man sieht dich ja das ist richtig interessant keine Nacke das müssen wir zensieren jetzt hier Tim ey boaaan nein jetzt haben wir jetzt hier das müssen wir wirklich zensieren ich hab mal ein bisschen Sand geerntet der Lohre hier die Pilze und die Blumen das alles Drogen das ist klar Steinholz sonstiges immer ein bisschen mehr Drogen diese ganzen Pflanzen alles was in den Drogenkiss jetzt schon wieder nicht zu weil ich drin bin also nicht in der Kiste aber rischi was kannst du denn alles d Vielen Dank.